Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spielevorstellung bei uns hier auf dem Kanal. Sofort und gleich. Das Spiel nennt sich Samsara. Jetzt gucken wir einfach mal, wie das Ganze funktioniert. So, das muss ich hier runterziehen und da muss ich das dort hinsetzen. Und dann kann ich mit dem Männchen laufen. So. Jetzt kann ich das gleiche wieder machen. Ah, okay, ich kann es drehen. Okay, dann laufe ich wieder. Alles klar. So, jetzt wahrscheinlich einmal den da. Dann drehe ich das wohl wieder und dann setze ich das. Ich glaube, die Reihenfolge ist vielleicht ein klein wenig ungünstig. Ich vermute jetzt einfach mal, dass ich es eher so rum machen muss, oder? Geht das dann auch so? Ja, also das... Ja, und damit ist das hier schon mal in die Hose gegangen. Muss ich natürlich das hier, wenn ich das jetzt ein bisschen mittig setze, dann sollte es aber glaube ich funktionieren, oder? Bleibt es dann stehen? Ja, dann bleibt es stehen und dann kann er da hochlaufen. Alles klar. So, jetzt haben wir hier zwei Stück. Kann ich hier auch einfach irgendwo in die Luft setzen? Geht das auch? Auch das scheint zu funktionieren. Okay. Äh. Nein, 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 nein. Äh. Okay. Also, dann setzen wir den mal da hin. Alles klar. Kollege, ich will nicht, dass der runterfällt. Ne? Ich hoffe, dir ist das klar. So, das müsste doch jetzt eigentlich... Halte das. Okay, also wir drehen das jetzt mal. Bleibt das wirklich so stehen? Nein, das bleibt nicht stehen. Natürlich nicht. Fällt das jetzt rum? Nein, das fällt nicht um. Also kann ich jetzt laufen. Was? Ist jetzt trotzdem hingefallen? Kannst du mich veräppeln, oder was? Warum? Wenn ich das jetzt so rum mache... Und dann so rum... Funktioniert das auch wieder nicht? So rum... Kann ja nicht sein. Also eigentlich, wenn ich das so mache, ne? Und jetzt das so, das müsste doch funktionieren. Zählt doch nichts. Ah, okay. Jetzt hat's geklappt. Ähm. Na gut, da brauche ich das. Und dann kann ich das schon mal drehen. Und brauche dann hier... Das dort. Geht aber nicht, oder? Weil's zu... Groß ist. Wenn ich das so reinsetze... Was passiert dann? Äh. Soll das jetzt funktionieren? Das kannst du doch vergessen. Das klappt doch gar nicht. Und so. Und so. So klappt's. Ja. Das sollte funktionieren. Okay. Jetzt marschier du mal da rein. Sehr gut. Alles klar. Dann fangen wir mal mit Level 1 an. Samsara Level 1. Hm? So, jetzt haben wir das Ganze hier unten gespiegelt. So wie das aussieht. Und jetzt habe ich... Jetzt muss ich komplett anders denken, ne? So, jetzt muss ich einmal komplett anders denken. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert. Ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt mal schauen. Was passiert... Ah. 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 Okay. 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 Okay, jetzt ist es gespiegelt. Mhm. 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 Level 2. Hinweise erhalten. Okay. Ich will ja gar keine Hinweise. So, aha. Ja, und? Achso, ich muss jetzt spiegeln. Kriege ich noch einen Hinweis? Aha. What? Das fällt doch jetzt da runter. Okay, und dann, ah, und dann kann er laufen. Ja, klar. Das reicht ja schon. Ah. Oh mein Gott. Das muss man komplett, komplett umdenken. Level 3. Mhm. Ja, das wird so nicht funktionieren. Nein. 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 So müsste es klappen. Mhm. Mhm. Level 4. Das ist die Frage. Wo läuft er denn dann hin? Normalerweise müsste ich das ja jetzt anders herumdrehen, dass er dann dagegen läuft und dann wieder zurück, oder? Also dann lassen wir ihn doch mal laufen. Was passiert? Genau. Zack. Also noch relativ simpel. Okay. Level 5. Level 5. So, jetzt haben wir, ähm, hm? Hm? Müsste ja dann so sein. Na? Laufen wir mal los. Dann kommt er oben raus. Und dann sind wir durch. Okay. 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 Level 6. Mhm. 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 Alter, dein Hirn wird total zerlegt, ne? Ohne Witz, ohne Witz. Das Hirn... Ohne Witz. Das Hirn muss ja total umdenken. Was ist, wenn ich den... Ich den jetzt einfach so... Geht nicht, ne? Kann ich nicht fallen lassen? Doch, er fällt. Doch, es geht. Dann lauf mal los. Lauf los, Kollege. Boah. Okay. Es sieht jetzt so banal und einfach aus. Aber wirklich, also mal... Da merke ich... Also ich... Und das sind jetzt noch einfache Sachen hier. Ich möchte nicht wissen, wenn die gleich richtig loslegen da... Was dann mit meinem Hirn gleich passiert. Das kriegt dann... Das wird richtig zerstört wahrscheinlich. Ähm... Ja. 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 So müsste es eigentlich funktionieren. Okay. Lassen wir ihn loslaufen. Ja. Ja. Na klar. Ja. 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 Jeine. Ja. 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 Was ist das? Hä? So, jetzt brauche ich noch eine Karte, ne? Hm. Was? Ah, ja, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, 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 ist klar. Oh, wie einfach. Ja, ist ja klar. Ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Oh, mein Gott. Okay, 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 okay. Jetzt, alles klar. Ich habe es verstanden. Okay. Hm, hm. Ich habe es verstanden. Ist in Ordnung. So, jetzt geht es weiter in die nächste Stufe. Ja, wenn euch das Spiel gefällt, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Aboniert den Kanal. Schaltet es mal wieder ein. Jetzt wieder heißt es am Sarah. Mit mir, dem Herrn, gleich. Macht's gut. Bis dann und tschüss.